Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Signal des Kanzlers kommt von der Aussichtsplattform, oben in diesem Turm R2, bleib hier und leite uns Kein Grund für weiteren Aufruhr, holen wir uns einfach still und heimlich den Kanzler Still und heimlich, genau, mit dir Ist das heimlich genug, Meister? Okay, ähm Du bist für die Gegner zuständig und ich bin dafür zuständig, dass sie alles kaputt machen, okay? Nein Hallo, nicht mich kaputt machen Ich finde das eine faire Aufteilung Seht ihr, ihr hättet nicht an ihm zweifeln sollen, Meister Hallo, kann ich den da nochmal werfen? Voll in die Falle getroffen, genau Dingste Warte, ich mach den Also dann erst wo Der ist weg Hast du das Ding genommen? Warte mal hier, lass uns doch erstmal hier hier los machen Ah, ich weiß aber gar nicht, wo das hin muss Hi Ist hier irgendwas, wo ich das reinwerfen kann? Das war gar nichts im Baum, gell? Huah, huah Aber die Logik alleine, ich soll ein Loch machen, aber ich hab jetzt ein Viereck gemacht Das Loch ist doch immer rund So ist es wieder Au Ich glaub ich hab ne Bombe gefunden Was zur Hölle war das? Ähm So, das ist der R2 oder irgendwas Ja, das bringt uns trotzdem Kann man das Ding hier nicht reinmachen? Doch, warte mal Das gehört doch auf die andere Seite oder nicht? Ach, wieso hat der mir das dann eben nicht angezeigt, dass ich davor stand? Ja toll Äh, und jetzt hab ich das Beides drin? Was ist du gerade? Oh, oh, oh Jetzt hab ich das beides drin? Oh, jetzt verstehe ich das Moment Ja, du hast wieder alles eingeschaltet Ja Nein, sowas würde ich niemals machen Doch, hast du Warte mal Warte mal Warte mal, jetzt hab ich aber beides rausgemacht Und trotzdem ist es nicht aus Jetzt ist es wieder aus Nee, jetzt ist es immer noch nicht aus Was ist das denn jetzt? Bist du durch das Loch gegangen? Ja, ne? Nee, warte mal Dann war die Bombe dann Wo bist du denn jetzt? Hin Hm Geht's hier weiter? Kannst du was bauen? Oder auch nicht Weil ich nix machen kann Kann ich nicht bauen oder fehlt uns noch was? Hallo? So, ich bin jetzt rüber gekommen Ah, jetzt Ah, jetzt Au Au Was war das? Das war ich Aber hier kann ich immer noch nicht bauen Okay Das Ding kann ich bewegen Bringt mir allerdings, glaube ich, nicht Ich bin mir nicht sicher Ach, komm, ey Wie, wie, wie Die, eben ging das besser mit den Bomben Oder, warte mal Oder muss ich das da hinstellen? War das so ein Beuch? Nee Ich hab ein lila Stein gefunden, hier Ha? Jetzt Unten ein Minikit Yeah Ich bin gut Ich krieg hier gar nichts mit Ich versuche gerade nur irgendwie weiterzukommen Ich weiß manchmal, wo du bist jetzt Ja, ich bin Ich bin der Weg weitergegangen Nee, du Ja, welchen Weg? Ja, ich weiß nie, was du da machst Ja, ich hab hier Sachen gebaut Und du? Blödsinn gemacht Ja, das hab ich mitbekommen Nein, ich hab kein Blödsinn gemacht Und hier vorne kommen wir immer noch nicht weiter Ja, und hinten war eine Sackgasse Ich hab keine Ahnung, wo du bist Aber das ist typisch der Epi Der würde auch, wenn das alles real wäre Würde der mich auch einfach opfern Ah, ich hab's Ich hab's Ja, wieso kann ich mich nicht mehr bewegen? Ich hab's Ich hab's Hallo Ich wollte bauen hier Jetzt lass dich hier nochmal rüber Wir haben keine Zeit für weitere Ablenkungen Wir müssen zum Kanzler Nein, ich will bauen Wie können wir das doch einfach machen? Du hast keine Zeit für Ablenkungen Jetzt lass mich hier verdammt nochmal bauen Wieso kann ich jetzt nicht mehr bauen? Wo sind die Sachen hin? Hä? Hä? Die ganze Zeit lang um mich herum Sachen zum Bauen Oder sind die jetzt noch hier verschoben? Und die ganze Zeit hab ich auf B gedrückt zum Bauen Und das klappte nicht Also der Nee, jetzt Der ist doch schon draußen Aber der wort nur die Dinger wieder zusammen, ne? Das ist doch verarsche, oder? Ich fühl mich jetzt hier irgendwie Ich weiß ja gar nicht mal, wo ihr seid Dass ich nicht an euch vorbeikomme Ich bin jetzt an der Kommandozentrale gleich Kommst du mit? Keine Ahnung Ich weiß nicht mehr Ich ruf Zu mir musst du laufen Kommst alles zu Kanzler Geht es euch gut? Kommt du gut Darauf hatte ich mich bereits gefreut Ach, ich hasse Bosskämpfe Du kannst immer so schlecht kämpfen und ausweichen Meine Kräfte haben sich seit unserer letzten Begegnung verdoppelt Hallo Kommt vor Jetzt noch Fall Du musst überleben Ich kann es nicht Ich sterbe gerade nur, weil du mich die ganze Zeit umbringst Ich höre mal auf, da zu kämpfen Ich bin auf den nur am einhemmen gerade So was ähnliches wie am Ausweichen Boah, geh mir nie auf den Sekt Ich bin hier was dann kaputt machen Ich bin gleich tot Ich bin gleich tot Ich liege hier senkrecht Nimm mal einen blauen Stein Ich bin gleich tot Ach komm, immer diese Perspektiven wechseln Ich kann mich noch nicht mal so drehen Dass ich meine Gegner sehe Das ist irgendwie Ich laufe rückwärts Und dann kommen die von hinter mir an Aber ich darf mich nicht zu denen rüber drehen Das ist total bescheuert Weil ich so fixiert auf ihn bin Weißt du, obwohl du gerade mit ihm kämpfst Ja Deswegen bleib jetzt einfach hier an der Ecke stehen Und trau runter mich Damit die sich da nicht so Na komm, geh jetzt kaputt Mann Ich bin hier nix mehr, ist denn die jetzt weg? Du es Jedi Abschauen General Grievous Dieses Mal nicht Ich bin hier Ist er geblitzt worden? Ich ernenne dich zu meinem persönlichen Vertreter im Rat der Jedi. Der Rat wählt seine Mitglieder selbst, das wird er nicht akzeptieren. Ich glaube schon. Sie brauchen dich. Und wieder eine Bilderbuchlandung. So, dann schauen wir uns noch mal ganz schnell an, was wir denn geschafft haben. Ja, das Level abgeschlossen ist klar. Und wir sind jetzt mal ein wahrer Jedi geworden. Verdammte Hacke. Ja, weil ich so viele Steine geholt habe. Du bist ja die ganze Zeit um Kämpfung und am Weglaufen gewesen. Ich habe ja alles eingesammelt. Ich habe kleine Eingriffen. Lila habe ich es sogar nicht gekriegt. Und ich habe vor allen Dingen ein Minikit geholt. Ja, das... Ne, da habe ich keins gefunden. Ich glaube, ich habe die Schleule. Seid gegrüßt, junger Jedi. Ich würde eure Stadt gerne als Basis nutzen, während ich in den umliegenden Systemen nach General Grievous suche. Er ist hier. Auf der zehnten Ebene. Tausende von Kampfdroiden. Bitte um Verstärkung. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Arme in der Republik uns hier entdeckt haben. Ich entsende euch in das Musterfahrsystem im Alter im Tor. Erdet ihr sicher sein. Hallo, wie geht's denn so? Ja, ich bin wieder der Jedi. Jedi. Sehr schön. Nimm das und jenes und dies und überhaupt und verreckt. Los. Hallo, ich sehe nichts. La, 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 la. Oh, jetzt hau doch nicht immer ab. Der hat doch schon einmal lebend verloren. Äh, Baby. Für Schilde. Ja, der hat doch zwei Schilde. Das glaube ich kommt. Wir wissen das ja jetzt leider, weil wir das ja jetzt leider nochmal neu aufnehmen müssen. Aber, also wir haben sehr hart darum gekämpft, dieses Wissen zu erlangen. Das kann ich euch direkt schon mal sagen. Weil wir immer gedacht haben, der stirbt einfach nicht mehr. Hier musst du, glaube ich, draufschießen, oder? Oder kann ich doch... Nein. Achso, du warst das gerade. Äh. Er hat Verstärkung, aber die mache ich schon mal platt. Oh, war einer. Wir dürfen General Priebus nicht aus den Augen verlieren. Hm. Wie war das denn hier? Das ging doch nicht. Achso, da drauf. Ach, du bist das neben mir. Sag das doch. Nicht da hoch, ne. Aua. Ich wollte die Dinger wegmachen. Die musste ich doch wegmachen, meinen. Die mussten doch irgendwie weg. Bin ich mir sicher. Oder musste... Ne, ich musste dich nicht noch höher. Ach nein. Wieso ist das jetzt hier vorne? Wieso ist das wieder weg? Achso, das muss ich hochmachen, damit die Energie kommt. Ah, okay. Was hast du jetzt gemacht? Schläfchen, oder was? Ne, die... Das da aufgemacht, da oben. Da fällt er wieder runter. Du musst jetzt ganz weiter kämpfen. Ich weiß. Ich bin ja auch ein Neger. Der meinte mich. Nein, der meinte mich. Weil ich gegen jeden Kämpfer und hab nur ne Schusslappe. Ja. Du bist ja auch nur so ein kleiner Knut. Du kannst mich machen. Ich bin ein Tollküter aufgelöst. Das kann ich, ja. Ich hab nen langen, heißen Start. Ich muss weg, ihr. Ich muss weg. Oh, bleib doch mal an der gleichen Stelle stehen, damit ich dich treffen kann, verdammt. Nein! Der war doch gerade schon down. Willst du mich verarschen? Er war doch down einmal. Ja. Und in dem Moment, wo der down war, hat er mich kaputt gemacht, der Penner. Warum sammelst du eigentlich nicht die ganzen Dinger hier ein? Ja, weil ich gerade mit dem Kämpfen schmöde, bitte. Im Gegensatz zu dir bin ich hier mein Leben am Opfern, ja, für alle Menschen. Du bist hier nur am Gucken so, was macht die denn da? Ja. Ach nee, wo seid ihr? Es muss einen Weg geben, Grievous wieder hier runter zu bringen. Nein, ich will meine... Du, 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 nimm die, nimm die. Ich klasse schon mal nach oben, weil ich hab ein Hedisch schwerst. Das ist so gut wie, ja, ein Laser halt, ne? Ich bleib da mal ne Runde hier abhängen. Mann, ich will die Sachen kaputt machen. Greif mich doch nicht direkt an. Oh, der ist hier oben. General, wie ist es? Du stehst mir im Weg, Kleiner. Wo ist es denn hier? Also, ich brauch dich auf jeden Fall hier oben. Ich weiß... Ja, ich komm doch schon, Mann. Ja, Moment, ich weiß, dass ich dir da was gemacht habe. Ey, du kannst es mal. Du hast doch einen Aufzug gemacht habe, damit du hochkamst. Da haben wir fast eine halbe Stunde lang rumgemacht. Und dann haben wir das endlich verstanden und gefunden. Das weiß ich noch. Ich weiß noch nicht mehr genau. Ich glaube, das war die hier am Anfang, oder? Und dann standst du plötzlich vor mir, genau. Dann standst du da hinten nämlich plötzlich vor mir und hast gesagt, Ich bin schon oben. Du hast jetzt die letzte halbe Stunde umsonst rumgemacht. Ich glaube, ich habe den ja aktiviert. Ja, der ist aktiviert hier. Hier, hier, hier. Rücken. So. Hier, schick dir den nochmal runter. Guck mal, wo der runterkommt. Da, da. Ich weiß. So, und damit, Leute, haben wir uns jetzt über 20 Minuten spielen und umstehen und probieren und kaputt machen. Hier hinten war noch jemand, da oben. Hier oben das Ding haben wir nicht. Scheiße. Ja, aber das haben wir doch sowieso, oder? Nein, da oben drauf war ich vorhin. Da hätte ich drauf gekonnt, aber egal. Komm, es geht weiter. Ja, deshalb schlägst du mich auch. Ja, ich mache die Sachen immer kaputt, außer dem ich gleich kaputt, weil du mich kaputt machst. Warte mal, oder komme ich da doch mit? Das war eine Leiter. Ah. Okay. Wer ist denn hier im Schießen? Hallo? Nicht schießen, nicht schießen. Nein, was macht der? Du feige Sau, bleib stehen. Du bist ein Hühnchen. Ein blödes Hühnchen. Hier, du musst da doch an den Langgestütz leiden. Ich kann aber nichts leiden. Hallo? Das muss ich drücken. Sag mir doch einen. Hallo? Ist der wieder unten? Ich auch. Weg dich niemals. Weg dich niemals mit einem Jedi an, so blöder Lechhaufen. Ich kann mich wieder nicht bewegen, deswegen kann ich jetzt auch nicht heilen. Jetzt hast du mich erschossen, willst du mich verarschen? Kommt schon mal vor. Ja, super. Nee, hau ab. Hau ab. Ich muss erst mal meine Dings wiederholen. Meine blauen Steine näher. Die der Pendamier gerade geklaut hat. Damit meine ich nicht den Bösen. Also den Univius. Hallo, ich sehe mich nicht mehr. Oh, so. Achso, er macht den Weg frei. Ja, und du musst jetzt da hoch. Das ist doch nett, Dankeschön. Weil er wirft noch was runter. Aber es kommen erst andere jetzt. Die Frage ist, müssen wir die machen? Ja. Oh, ich kümmere mich mal um die vielen hier an der Seite. Da kommen aber auch solche. Wo geht's hin? Äh, achso. Hast du die schon? Och, jetzt geht er hoch. Nein! Was jetzt? Achso, die Dinger gehen ja mal kaputt. Das war was. Wo ist da da war? Irgendwas. Geht da rein. Geht da rein. Geht da drauf. Hatten wir nicht noch einen dritten? Psst. Ich bin ja der Jedi, der immer alles kaputt macht. Nee, das klappt ja auch nicht. Oh, Moment, Leute. Bevor ich da das runter schicken kann, muss ich mich erst mal um das Gefangskommitik kümmern. Er steckt da hinten drin. Und er muss immer. Zack. Bitte schön. Aber ich glaube, der kommt jetzt hoch, oder? Ja, er steht wieder nicht drauf. Schick dir den immer runter. An den selber holen. Ich hab' ihm die aber schon geschickt. Was ist denn klar? Ach ja, toll, jetzt kommt ne Sequenz. Äh, lass mich raten. Und er geht jetzt nach unten? Nee, doch nicht. Ich dachte schon. Wir müssen Grievous mit Unterstützungsfeuer da wegscheuchen. Cody, könnt ihr Verstärkung rufen? Ich müsste in der Lage sein, ein Signal von diesem Kommunikationsturm auszusenden. So, hiermit wahrscheinlich. Ah, hörst du mal auf? Nimm das, nimm das, lass mich schießen. Das ist für mich. Ihr, das musst du machen. Muss ein Loch in den Tresor machen. Da muss man das ganze Geld klauen können. Na, du hast dich falsch abgewogen. Hahaha. Ich hab dir was gebaut. Sobald ich den Kommunikationsturm erreicht habe, wird Verstärkung unterwegs sein. Ähm, warte mal. Achso, das sind die Viecher hier. Alle Einheiten, bitte kommen. Wir brauchen sofort ein TFAT, um ihr Unterstützungsfeuer zu geben. Haha. Er ist unten wieder. Ich glaub, der hat eine heiße Sohne. Er meint euch Cody. Hallo. Grievous. Ruf Weigling, bleib hier. Der springt weg und ich bin instant tot. Was ist das? Nein, ich will erst mal mit Dinger einsammeln. Geh weg. Wer ist die Steinchen wieder? Dann schaffen wir eh nicht den wahren Jedi. Wir sind zu weit weg noch. Ich schaff das. Auch ich kann Arme abschlagen. Ha. Das war ein 1-aerischer Tanz. So unzivilisiert. Commander, kontaktiert eure Truppen. Sie sollen sich auf die höheren Ebenen begeben. Sehr wohl, Sir. Oh, die Zeit ist gekommen. Erbittert diese Schlacht ist. Die Wookies retten und neu formieren wir uns müssen. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen jetzt erst mal gucken, was wir bekommen haben. Wir haben jetzt leider keinen Wahngegen, meinst du? Ja, du hast recht, das ist gut. Aber wir haben eine Herausforderung geschafft. Keine Ahnung welche, aber wir haben eine Herausforderung geschafft. So. Das hatten wir aber schon, kann das sein? Ja, ja. Ja, ist ein bisschen doof, dass das jetzt, ähm, ja. Vielleicht, wenn ich dran denke, kann ich das so zusammenschneiden, dass man das zumindest kurz sieht, wo das gewesen ist. Ich war, ach, ich bin, ich bin, oh, guck mal, wie schön ich auch gucke. Ich bin der kleine Yoda, mein Großer. Hallo. So nicht, mein Freund. Ich bin ein Jedi. Ich bin ein Jedi, der nicht springen kann. Hä, wieso kann ich nicht auf dich drauspringen? Was ist das denn? Der hat mich umgebracht. Nein, noch nicht. Aber gleich, jetzt habe ich dich umgebracht. Viel du lernen noch musst. So. Du kannst nicht mal, ich hau ab. Ich will jetzt nur mal eben meine Abmoderation machen. Moment. Ja. Dann gehe ich hier oben drauf. Das sieht cool aus. Oh, guck mal, wie der jetzt hier reinguckt. Ja, ähm, nicht, nicht, ich wollte mich nur abmoderieren. Geh weg. Ich kann auf Affe essen, ne? Geh weg. So. Ähm, ja, es ist leider, es ist schade, dass das jetzt mit den letzten zwei Folgen, wann es, glaube ich, so doof gelaufen ist, dass man mich überhaupt nicht gehört hat. Aber ich habe es wirklich versucht nachzusynchronisieren. Und das war so mega schlecht, weil ich keine Ahnung hatte, was wir für Witze gemacht haben. Oder was der Epi geantwortet hat, auf was ich gesagt habe. Also, das war alles ein bisschen, ähm, chaotisch. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, die dann doch nochmal komplett neu eben aufzunehmen. Das ging ja jetzt auch relativ schnell. Ja, gut, jetzt doppelt so schnell natürlich, weil wir uns knapp 20 Minuten Zeit ersparen konnten. Weil wir tatsächlich das mit dem Aufzug überhaupt nicht kapiert haben in der Episode. Und ich jetzt doch, äh, ja, dass es so zumindest etwas besser, ähm, aussieht als das Original. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sagen Sie mal, äh, guck mal, guck mal, was ich kann. Mhm. Ich spüre die Vibrations hinter mir. Aua. Ja, ich würde sagen, mit diesen Bildern verabschieden... Ich kann nicht mehr reden. Verabschieden wir uns heute mal aus dem heutigen Chaos. Und dann sehen wir den Rest in den nächsten Folgen. Bis dann. Ciao. Ciao.